diesmal so ein fandutsch händtäschchen von dutch händtäschchen ja es ist einfach mal aufgebaut wie eine jeans auch von innen wie man das hoffentlich sehen kann dann hat man hier noch so ein täschchen drin ja sie sieht einfach mal aus wie eine jeans deswegen also ich weiß auch nicht so viel zu zu sagen sie ist von der verarbeitung her wirklich gut sie fühlt sich an wie meine jeans die ich trage ja fandutsch ich weiß noch nicht mal was für eine firma das ist custom made fandutsch originals ja ich bin keine frau deswegen weiß ich nichts damit anzufangen eigentlich aber ich werde sie bei mir an die wand hängen ich habe da so eine kleine taschensammlung scheißegal wenn ich das teil finden sollte werde ich euch das ding natürlich verlinken immer wie immer unten drunter ansonsten wünsche ich noch einen schönen tag lasst mir einen kommentar da like das video oder auch nicht bis denn dann